Diadem de Cartier AT ist ein bildschönes Nachwuchspony fürs Dressur-Feeck. Sie ist Tochter des westfälischen Siegerhengstes D-Power AT und stammt ebenso aus einem erfolgreichen Mutterstamm, der schon zahlreiche Erfolgsponys hervorbrachte. Unter anderem mit dabei der M-erfolgreiche Gentleman oder der FII-erfolgreiche Dr. Best. Diadem ist bereits vierjährig, genoss eine unbeschwerte Aufzucht und ist nun bereit, mit ihrer Ausbildung zu starten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017